Hi, du hörst Episode 132 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Folge geht es um deine Atmung und darum, ja, welchen Einfluss sie auf dein Sexleben oder Sex haben kann. Herzlich Willkommen bei Spürvertrauen erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst und außerdem erfährst du, wie du deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle Hinweise zu meinem Coaching-Angebot für Einzelpersonen und für Paare, zu meinen Workshops, die ich gebe, wie zum Beispiel das nächste Mal am 26. Juni das Lustwandern als Online-Format und auch noch jede Menge andere tolle Sachen, also schau da gerne vorbei. Und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge. Ja und ich habe vor ein paar Tagen ein Webinar gegeben zum Thema, wie man sich beim Sex besser fallen lassen kann. Das habe ich zusammen gemacht mit den Happy Rebels, mit denen habe ich auch schon häufiger gearbeitet. Das ist so eine Plattform für ganzheitliches Coaching-Angebot, könnte man sagen. Also Happy Rebels coacht nicht selber, sondern präsentiert immer wieder Coaches, die zu gewissen Themen dort Inhalte oder Wissen oder Angebote beisteuern. Und in diesem Webinar habe ich so hilfreiche Tools sozusagen besprochen mit den Teilnehmern. Wir waren dann eine tolle Truppe, die einfach das sich fallen lassen können beim Sex unterstützen. Und mit Sicherheit, wenn du den Podcast schon länger kennst und auch vielleicht schon einige Folgen mal gehört hast, vielleicht fällt dir auch selber schon irgendwas ein, was da hilfreich sein könnte. Aber ich habe mir so gedacht, ich möchte nochmal wirklich eingehen, auch in dieser Folge, auf ein Basic, ein so richtiges Basic, was wie so eigentlich eine notwendige Bedingung ist, damit auch die anderen Sachen, die anderen Tools, die ich in diesem Webinar genannt habe, gut klappen können. Und das ist die Atmung. Ja und jetzt könnte man natürlich denken, das ist ja voll ein No-Brainer. Ja, wir atmen doch sowieso immer und müssen wir doch gar nichts für tun. Ja, korrekt. Und wenn ich einfach nur überleben will, kann ich einfach meinen Körper immer so atmen lassen, wie er gerade lustig ist oder nicht atmen lassen. Das Thema Luft anhalten beim Sex, also jetzt nicht als Atemkontrolle, sondern weil der Körper es einfach automatisch tut, machen ganz viele Menschen oft, wenn man sehr erregt ist. Manche bemerken es gar nicht. Wenn ich sie dann aber danach frage, dann fällt es ihnen schon ein. So, das ist so ein Beispiel, wo wir eigentlich merken können, ah, wir sind da irgendwie unserem Körper so ein bisschen ausgeliefert, der macht da irgendwas, was er will. Und es ist dann gar nicht so richtig geil. Also es ist nicht so richtig gut für, wenn ich, ich sag mal, ja, auch meinen Erregungszustand oder mein Lustlevel oder einfach die Art oder das, was mir beim Sex gerade Freude macht, wenn ich das ein bisschen regulieren und steuern will. Dafür ist Luft anhalten nicht so gut oder Atem anhalten. Dafür ist es immer besser, wenn der Atem fließen kann. Aber jetzt will ich nicht vorgreifen. Ich will nur noch mal sagen, Atmung ist wirklich, es ist so ein Basic. Wir machen das so oft am Tag. Ich habe irgendwann mal nachgelesen, 20.000 Atemzüge ungefähr. Und deswegen ist es ja auch so hilfreich, wenn unser Körper das ganz von alleine kann. Ja, es würde uns viel zu viel Aufmerksamkeit und Mühe kosten, glaube ich, wenn wir jeden dieser Atemzüge bewusst steuern müssten. Überleg dir das mal. Hast du schon mal irgendwas am Tag bewusst 20.000 Mal gemacht? Ich glaube, ich nicht. Habe ich auch nicht so Lust, das auszuprobieren. Die Frage ist nur, wann ist es hilfreich, den Atem einfach so sein zu lassen, wie er gerade ist? Und wann ist es aber hilfreicher, ein bisschen einzugreifen und zu regulieren? Weil ich dadurch vielleicht eine, ja, mir dienlichere oder verbesserte Art von Erlebnis habe. So. Und um jetzt noch mal konkret zu sagen, in welchem, ich sag mal, Use Case es besonders hilfreich ist, sich mit dem Thema Atmung zu beschäftigen, wenn es um Sexualität geht, ist, wenn ich zum Beispiel den Wunsch habe, ich will aus dem Kopf rauskommen. Wenn ich den Wunsch habe, ich möchte den Sex, den ich habe, mehr genießen können, wenn ich vielleicht mehr in meiner Lust sein können möchte. Auch wenn ich vielleicht merke, es fällt mir manchmal schwer, mich einzulassen, mich fallen zu lassen. Oder auch ein Thema kann sein, ich bin vielleicht viel schneller erregt, als ich das gerne hätte und ich komme viel schneller zum Orgasmus, als ich das gerne hätte. Oder ich komme mir viel zu langsam in meine Erregung. Ja, auch das kann ein umgekehrtes Thema sein quasi. Und bei all diesen Sachen und noch bei mehr, die ich jetzt aber nicht alle nennen werde, hilft es, mit der Atmung was zu machen. Ja. Und es ist so cool, wir haben die immer dabei. Wir brauchen die nicht extra irgendwie im Internet bestellen oder dafür teure Kurse besuchen oder so. Wir haben immer die Atmung dabei und wir können sofort was machen. Und auch noch vielleicht ohne, dass jemand anderes es merkt. Ja, wir wollen ja nicht oder nein, ich sage es anders. Manchmal wollen wir ja beim Sex uns auch, ich sage mal, regulieren, ohne dass das einen großen Einfluss hat auf das, wie es unserem Gegenüber gerade geht. Und dafür ist es super, die Atmung zu nehmen, weil da muss ich viele andere Sachen nicht machen. Ich kann einfach was an meiner Atmung verändern. Und im Zweifel ist das nach außen hin erstmal überhaupt nicht so ganz konkret bemerkbar. Wenn du Lust hast, dich noch intensiver mit Atmung zu beschäftigen, es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten. Ich habe die letzten beiden Folgen über Meditation gesprochen. Vielleicht ist es dir schon klar, auch Meditation hat ja total viel mit bewusster Atmung zu tun. Aber auch andere Sachen wie Yoga, Qigong, Tai Chi, selbst wenn ich laufen gehe, hat das was mit Atmung zu tun. Wenn ich Waldbaden gehe, hat das was mit Atmung zu tun. Wenn ich schwimme, also irgendwie alle Sachen, wo ich Bewegung und Körper, ich sage mal, bewusster einsetzen, miteinander kombiniere. Das hat oft auch was mit Atmung zu tun. Also auch Sex. Und da wirklich für dich nochmal die Ermunterung, wenn du denkst, das könnte für dich ein tolles Tool sein oder ein Schlüssel sein, beschäftige dich mit deiner Atmung. Es ist ganz einfach und ich möchte jetzt zwei wichtige und wesentliche Schritte, könnte man vielleicht sagen, für dich einmal benennen, die wir unbedingt brauchen, wenn wir einen Effekt merken wollen, wenn wir unsere Atmung einsetzen. Und ich werde dir vielleicht unterwegs auch noch so ein paar Grundprinzipien mitgeben, in welche Richtung man durch Atmung was steuern kann oder regulieren kann. Und dann machen wir ein kleines Atemcoaching zusammen. Ja, also ich leite dich durch, du atmest und kannst direkt das erleben, was ich dir vorher erzählt habe. Genau. That's the plan for today. Und ich freue mich, wenn du jetzt Lust hast, noch ein bisschen was über Atmung in der Tiefe zu erfahren. Nämlich diese zwei wichtigen Schritte oder Meilensteine oder was auch immer, wie man das nennen könnte. Da ist der erste, überhaupt mal zu schauen, was ist denn jetzt? Ja, also was ist jetzt? Wie atme ich jetzt gerade? Und das kannst du für dich auch bitte gerne checken. In dieser Sekunde, in der du mir zuhörst, hast du irgendeine Idee davon, wie du gerade atmest? Ja, also wenn ich jetzt mal für mich so gucke, ich spreche ja nebenbei, aber ich kann schon spüren, ich atme in den Bauch. Ich atme nicht maximal ruhig oder tief. Ich bin so ein bisschen durch das Sprechen angepasst in meiner Atmung gerade. Aber es tut mir auch immer total gut, wenn ich zwischendurch eine kleine Atempause mache zum Beispiel. Wie jetzt gerade. Nehme ich mir nicht immer diese Zeit oder diese Erlaubnis. Ich glaube, wenn man so ein professionelles Sprechertraining oder so eine Ausbildung macht, dann lernt man bestimmt noch so tolle Atemkniffe beim Sprechen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Mache ich vielleicht irgendwann mal. Ja, aber du sabbelst ja wahrscheinlich gerade nicht. Du hörst mir zu. Das heißt, du kannst einfach nochmal viel, ich sag mal, in einer viel alltäglicheren Situation wahrnehmen, wie du gerade atmest. Und dabei kannst du wirklich schauen, merke ich das im Bauch, merke ich das im Brustraum, merke ich das an der Nase? Wo merke ich das vielleicht sonst noch im Körper, dass ich atme? Wie fühlt sich das an, wenn ich das irgendwo merke? Was macht mein Körper? Wo bewegt er sich? Ja, das sind alles so Sachen, auf die kann ich achten, wenn ich erfahren will, was ist denn eigentlich jetzt? Ja. Das ist der erste wichtige Schritt. Das ist wie die notwendige Voraussetzung für das, was danach kommt. Wie atme ich eigentlich jetzt gerade? Und dann das zweite Wichtige ist, ich beginne etwas zu regulieren. Ja, also ich, wenn ich jetzt gerade auch ein bisschen noch schneller gesprochen habe und gemerkt habe, vielleicht habe ich jetzt gar nicht so fließend und tief geatmet, wie mir das tatsächlich gut tun würde. Ich habe jetzt angefangen, ein bisschen zu regulieren, tiefer zu atmen, mir ein bisschen mehr Zeit zu nehmen für meine Atmung. Und das merke ich sofort, dass mich das entschleunigt und mir gut tut. Ja. Das ist eine Art, wie ich meine Atmung, ich sage jetzt mal, beeinflussen kann oder bewusst ein bisschen steuern kann. Langsamer atmen, tiefer atmen, immer noch so, dass es angenehm ist, ja, es soll nicht anstrengend sein, aber langsamer, ohne dass ich jetzt beginne, irgendwie zwischendurch die Luft anzuhalten oder so, darum geht es nicht, sondern wirklich sich vielleicht zehn Prozent mehr Zeit zu nehmen fürs Einatmen, fürs Ausatmen. Es kommt auch nicht darauf an, ob jetzt die Ausatmung länger ist als die Einatmung oder andersrum oder so, darum geht es erstmal noch überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich darum, wie vielleicht das Ganze ein bisschen in die Länge zu ziehen, so wie es sich für dich angenehm anfühlt. Und dir ein bisschen mehr Luft zu holen, als vielleicht, wie es ganz von alleine kommt. Und auch das müssen nur fünf bis zehn Prozent sein, um schon mal zu Beginn etwas zu regulieren. Ja, will heißen, ich atme vielleicht ein bisschen tiefer in den Bauch, dehne den noch ein bisschen mehr aus, ja, hol mir einfach mehr Sauerstoff. Sauerstoff ist ja Lebenselixier, ist notwendig, damit ich überlebe, ja. Damit versorge ich meine Zellen in meinem Körper, wie viele Millionen, Billionen, keine Ahnung, wir haben. Für die ist das gut, wenn ich tief atme, ja, und einigermaßen ruhig atme. Und auch für mein emotionales Wohlbefinden ist das gut, auch für mein gedankliches Wohlbefinden ist das gut. Wenn ich in einer, ich sag mal, ruhigen, fließenden Atmung bin. Genau, das ist, wie gesagt, so die eine Richtung, in die ich das regulieren kann. Ich kann natürlich auch, wenn ich Bock habe, mich ein bisschen zu aktivieren, meine Atmung etwas beschleunigen. Auch hier wieder ungefähr zwischen fünf und zehn Prozent wäre mein Vorschlag, ja. Es geht nicht darum, sich wild einen abzuhecheln. Man muss auch dann irgendwann aufpassen, dass man nicht in so eine Art von Hyperventilieren kommt. Deswegen, wenn du da was ausprobieren willst, mach das ganz, ganz vorsichtig. Und weniger ist mehr in dem Fall. Aber ich kann natürlich mein Tempo ändern und vielleicht genauso tief, aber ein bisschen schneller, dynamischer atmen. Genau, das geht auch. Also ich habe immer die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu steuern, ja, und die Tiefe zu steuern. Also wie viel Luft hole ich mir denn und wo in meinem Körper lasse ich Atmung zu, ja. Es gibt ganz viele Menschen, vielleicht kennst du das auch, dass man manchmal nur in die Brust atmet. Es gibt Menschen, die machen das immer so, die atmen so gut wie nie in den Bauch, weil sie es so sich angewöhnt haben. Man kann das wieder umlernen. Wichtiger Hinweis. Das ist eigentlich nicht so eine optimale Atmung, ja. Wenn wir gestresst sind zum Beispiel, neigen wir dazu, flach zu atmen. Wenn wir erregt sind, zum Beispiel durch Treppen steigen, neigen wir dazu, so zu atmen. Und auch beim Sex kann es vorkommen, dass wir merken, wir atmen eigentlich viel mehr in die Brust. Wir atmen vielleicht ein bisschen flach. Auch dann sind wir nicht mehr richtig optimal in der Atmung und gut versorgt und in voller Regulationspower, ja. Sondern dafür kann ich mir eher die Bauchatmung hernehmen, ja, eher eine tiefere Atmung hernehmen. Damit kann ich gut und viel steuern und regulieren. Aber damit das jetzt für dich nicht so böhmische Wälder bleiben, und ich ja eingangs gesagt habe, Atmung hilft, um aus dem Kopf rauszukommen, um vielleicht mehr in Wohlgefühl, Genuss, Lust zu kommen, wahrzunehmen, wie erregt bin ich eigentlich gerade oder überhaupt wahrzunehmen. Was ist denn gerade in mir los? Welche Emotion ist da? Welches Körpergefühl ist da? Ja. Möchte ich jetzt mit dir ein kleines Atemcoaching machen? Und das geht ideal, wenn du, ich sage mal, jetzt irgendwo bist, wo du es ein bisschen gemütlicher und ruhiger hast. Also im Straßenverkehr eignet es sich eigentlich nicht so gut. Wenn du jetzt Bahn fährst zum Beispiel, das könnte gerade noch gut gehen, aber ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen, auf dem Rad oder im Auto oder sonst irgendwas zu machen, wo du deine Aufmerksamkeit eigentlich für den Straßenverkehr brauchst. Genau. Und sonst brauchst du eigentlich nichts, außer einen Sitzplatz und Neugierde. Ein bisschen Mut. Es passiert dir nichts. Ja, und dann würde ich vorschlagen, wir legen ganz ungezwungen los, weil es muss nicht irgendwie heilig sein. Es muss nicht sein wie eine Meditation. Ja, es geht einfach darum, sich den eigenen Atem anzuschauen und ein bisschen eine Idee zu bekommen, wie kann ich eigentlich das beeinflussen. Und dafür möchte ich dich jetzt kurz bitten, dich einigermaßen aufrecht hinzusetzen, so dass es für dich bequem ist. Du kannst dich auch anlehnen, wenn du dich lieber anlehnen möchtest. Du kannst aber auch deinen Rücken einfach aufrichten, ohne angelehnt zu sein. Ich würde dir empfehlen, die Füße, die Fußsohlen tatsächlich auf den Boden zu platzieren, die Füße ungefähr hüftweit aufzustellen. Nicht überschlagen oder irgendwie überkreuzen, sondern nebeneinander. Und wenn es dir wohl ist, schließ doch für den Moment und diese Übung kurz die Augen. Ja, geht auch mit offenen Augen, wenn du dich gerade mit geschlossenen Augen nicht wohlfühlst. Aber geschlossene Augen unterstützen uns dabei, ja, wirklich gut ins Spüren und ins Wahrnehmen zu kommen, weil wir keine äußere Ablenkung durch eine visuelle Sinnesreizung haben. Also, wenn du da jetzt so sitzt mit geschlossenen Augen oder vielleicht geöffneten, wenn du sie offen hast, stell nochmal deinen Blick weich und weit, ohne was zu fixieren. Das wäre noch so ein Hinweis. Also, wenn du da jetzt so sitzt, dann ist wirklich erstmal gerade die Aufgabe wahrzunehmen, wie du gerade deine Atmung wahrnimmst. Wo nimmst du sie wahr? Geht es leicht, sie wahrzunehmen? Wo nimmst du sie wahr? Und als was nimmst du sie wahr? Also, was konkret macht dein Körper? Und versuch ruhig auch dafür gerade Worte zu finden, ohne dass du sie aussprechen musst, aber es wie einmal zu benennen kann sehr hilfreich sein. Ja, und benennen ohne Bewertung ist so ein bisschen die Kunst. Also, Bewertung wäre, ich atme zu schnell, ich atme zu flach, ich atme zu lalala, irgendwie in diese Richtung. Ich atme schlecht. Ohne Bewertung wäre, ah, ich merke, ich atme eher rasch, ich merke, ich atme eher in den Oberkörper, ich merke gar nicht so viel, wie ich atme, kann auch eine Benennung sein, ah, ich muss mich konzentrieren, dass ich merke, wie ich atme, kann eine Benennung sein. Also, nimm dir mal ein paar Atemzüge, um zu bemerken, wie du gerade atmest. Und wenn du merkst, du bist vielleicht zwischendurch abgelenkt, durch Gedanken, die dir so in den Kopf kommen, dann konzentriere dich beim nächsten Atemzug einfach wieder auf das Ein- und Ausatmen, und darauf es zu bemerken, ohne hier schon etwas zu verändern. Einfach bemerken, was macht dein Körper ganz von alleine, wenn du nicht regulierst. Und dann kannst du auch noch mal schauen, was bemerkst du denn dazu, wie es dir gerade geht. Und das einzige Wort, was hier jetzt nicht zählt, ist gut, sondern versuch das mal konkret zu machen. Versuch wirklich mal zu bemerken, wie es dir gerade geht, was gerade in dir lebendig ist, wie ist gerade deine körperliche Verfassung, wie ist vielleicht gerade deine emotionale Verfassung und wie ist gerade deine, ich sag jetzt mal, geistige Verfassung. Wie geht es dir gerade, was ist jetzt gerade? Und auch hier wieder einfach bemerken, benennen, wenn du magst, ohne zu bewerten. Und vielleicht merkst du jetzt schon, dass sich alleine durch das Wahrnehmen und Bemerkung, dich selbst beobachten, beginnt etwas zu verändern, dir vielleicht neue Dinge auffallen, sich vielleicht auch deine Atmung schon begonnen hat zu verändern, das kann sein. Ja, weil einfach in jedem Moment, wenn wir mit der Aufmerksamkeit ganz versuchen, zu uns selber zu gehen, hat das sofort einen Einfluss. Ja, und meistens in einer, in eine positive Richtung. Manchmal kann das natürlich auch sein, dass einem erstmal so, ja, ich sag mal, unbequeme Dinge auffallen, aber dennoch ist es gut, dass sie einem auffallen. Ja, so, und dann hast du jetzt eigentlich Schritt 1, ne, worüber ich gerade gesprochen habe. Was ist denn jetzt gerade? Und jetzt machen wir Schritt 2. Wir beginnen jetzt ein bisschen zu regulieren. Und ich mache dir einfach ein paar Angebote und du suchst dir dabei raus, worauf du gerade Lust hast, es auszuprobieren. Du kannst jetzt nämlich einfach mal versuchen, dir wie 5 bis 10 Prozent mehr Luft zu holen, dich noch ein bisschen mit mehr Sauerstoff zu versorgen. Tempo vielleicht sogar gleich lassen. Oder vielleicht merkst du, dass es ganz von alleine etwas langsamer wird, deine Atmung. Ja, aber einfach dir ein bisschen mehr Luft zu holen zum Atmen. Und du kannst dir auch wie vorstellen, dass diese Atmung in deinen Körper, ich sag mal, einfließt. Ja, also der Weg von der Atmung ist ja durch die Nase, durch den Rachenraum, durch die Luftröhre, in die Bronchien, in die Lunge. Ja, und von der Lunge geht dann ja der Sauerstoff ins Blut und in jede einzelne Zelle deines Körpers. Ja, die Luft bleibt natürlich in der Lunge. Die geht ja nicht einfach so ins Blut. Das wäre ja lebensgefährlich. Ja, da geht nur der Sauerstoff hinein. Aber du kannst dir vorstellen, ah, ich atme vielleicht auch bis in meinen Bauch. Oberer Bauch, Bauchnabelregion, unterer Bauch. Du kannst dir auch vorstellen, du atmest bis in dein Becken. Ja, vielleicht bis an den tiefsten Punkt deines Rumpfes. Das könnten deine Sitzbeinhöcker sein. Das könnte deine Dammregion sein. Der Damm ist dir ja starke Muskel zwischen Genitalbereich und Anus. Du kannst dir auch vorstellen, du atmest bis in deine Füße. Ja, und bei jedem Einatmen holst du dir das, was gerade für dich hilfreich ist. Mach es dir klar, dass du dir Energie holst. Und bei jedem Ausatmen, wenn du magst, kannst du auch irgendwas, wo du gerade merkst, das ist da, aber das brauche ich für den Moment nicht, kannst du loslassen. Und damit noch ein Stückchen mehr bei dir ankommen, erproben, wo kann ich vielleicht schon ganz leicht hinatmen von der Vorstellung, wo ist es kniffliger, schwieriger. Und nimm dieses Schwierige, wenn es sich zeigt, schon einfach als Hinweis, ohne Bewertung, dass du da vielleicht dranbleiben könntest, dass es sich lohnen könnte, da dran zu bleiben. Genau. Du kannst dir auch vorstellen, du atmest in deinem Genitalbereich bei der Einatmung, bei dem ganzen Ein- und Ausatmenprozess, kannst du dir auch vorstellen, du atmest an deinem Genitalbereich vorbei. Und dann spürst du einfach, was das jetzt wieder verändert möglicherweise, oder was jetzt wahrnehmbar ist, wo du ein bisschen was mit deiner Atmung gemacht hast, wo du etwas verändert hast, wo du dir ein bisschen mehr Luft geholt hast, wo du vielleicht ein bisschen das Tempo, dadurch, dass du dir mehr Luft geholt hast, geändert hast und dadurch, dass du deinen Atem ein bisschen woanders hingeschickt hast, als wie du es vielleicht vorher hattest. Nimm einfach jetzt auch wieder wahr, was hat sich verändert, was ist jetzt spürbar auf der körperlichen Ebene, auf der wohlbefindens-emotionalen Ebene und auf der geistigen Ebene. Und nimm auch wirklich wahr, wo sich dein Körper bewegt, wenn du atmest. Wie bewegt sich die Nase? Wie bewegt sich der Oberkörper, die Brust, vielleicht auch der Rücken? Wie bewegt sich der Bauch? Und wie bewegt sich auch dein Körper Inneres? Ja, weil auch, wenn der Bauch mitatmet, wenn der sich bewegt beim Atmen, dann bewegen sich auch deine inneren Organe mit. Dann bewegt sich die Beckenmuskulatur mit. Ja, das kann sein, dass das sehr schwer ist zu spüren. Und es kann aber auch sein, dass du davon ein bisschen was wahrnehmen kannst. Und manchmal hilft es einfach, sich klarzumachen. Allein dadurch, dass ich atme, bewegt sich gerade etwas in meinem Körper. Genau. Und du schaust noch mal, was ist gerade angenehm, was ist dir aufgefallen? Wo bemerkst du deine Atmung in deinem Körper? Und was hat das für einen Effekt? Und dann möchte ich dich einladen, auch wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit mehr in den Raum zurückzukommen. Und aber gleichzeitig, wenn du jetzt schon beginnst, die Augen zu öffnen, auch noch mit deinem Körper sozusagen in Kontakt bleibst, mit deiner Atmung in Kontakt bleibst. Ja, also dieses dieses Wahrnehmen, dieses Spüren, dass das Bestehen bleibt zu einem gewissen Teil, auch wenn du jetzt wieder den Raum um dich herum wahrnimmst, dafür wieder aufmerksamer bist. Und es kann sein, dass du jetzt einfach bemerkt hast, dass sich sofort etwas verändert, wenn du beginnst, bewusster zu atmen. Wenn du überhaupt erst mal deine Atmung wahrnimmst, wenn du vielleicht dann noch beginnst, deine Atmung ein bisschen zu beeinflussen, ja, zu regulieren in einem positiven Sinne, sodass es sich für dich hilfreich anfühlt. Ja, und da ist schon die Tendenz, dass wenn ich langsamer atme, habe ich die Chance, dass ich innerlich ruhiger werde, sich auch meine Muskulatur dadurch mehr lösen kann, mehr der Teil meines Nervensystems aktiviert wird, der für Entspannung, inneres Wohlgefühl, ein Sicherheitsgefühl sorgt. Ja, wenn ich beginne, flacher und schneller, hektischer zu atmen oder vielleicht auch die Luft anhalte, dann kann das sein, dass ich innerlich unruhiger werde, dass ich so einen höheren Aktivierungsgrad bekomme, dass ich vielleicht auch meine Muskulatur mit anspanne und dass ich vielleicht in diesem Bereich durch das Nervensystems lande, wo ich eher gestresst bin oder da in so eine Angriff, Flucht oder Todstell-Situation mich hineinbringe. Genau. Das war jetzt ein kleines Häppchen, um dir deine eigene Atmung näher zu bringen. Man kann Atemcoaching auch sehr, sehr ausgedehnt machen, wirklich für den ganz konkreten Fall in Verbindung mit, ich sag jetzt mal, Sexualität, Erregung, Lust und so weiter machen. Ja, du kannst für dich vielleicht nochmal mitnehmen, dass du auch, wenn du vielleicht Selbstbefriedigung machst, das wäre so mein erster Tipp für dich, mal zu schauen, was macht da eigentlich meine Atmung, wie atmest du dann? Und natürlich kannst du dann, wenn du Lust hast, auch da bereits anfangen irgendwie zu erkunden, was passiert denn, wenn ich schneller oder langsamer atme, wenn ich flacher oder tiefer atme, wenn ich mehr in den Bauch atme oder wenn ich in den Brustkorb atme, was passiert, wenn ich in mein Genital atme? Ja, also all diese Dinge kann man ausprobieren. Und natürlich kann ich all das wissen, was ich dann über mich habe und auch all die Kompetenz zum Thema Regulation, Selbstregulation durch Atmung kann ich auch in jeder Sekunde einsetzen, wenn ich Sex habe, ja, ob alleine oder zu zweit oder mit wie vielen Menschen auch immer. Ich kann das immer wieder nutzen, um mich mit mir selber zu verbinden, mit mir einzuchecken, zu bemerken, was ist denn jetzt eigentlich los? Was brauche ich gerade? Was erlebe ich gerade? Was will ich gerade? Was macht mein Körper gerade? Wie geht es meinem Körper gerade? Erste wichtige Voraussetzung, das zu bemerken, um dann zu beginnen, was zu regulieren. Genau. Ja, und ich möchte dich da wirklich ermuntern, deine Atmung immer, egal was du tust, du kannst zu jedem Zeitpunkt einfach für dir die Frage stellen, wie atme ich gerade? Und so sammelst du Informationen, Wissen über dich. Das hat nichts mit Esoterik oder Hokus-Pokus-Räucherstäbchen zu tun, sondern das ist Körperkunde, könnte man sagen. Ja, ich finde, es sollte eigentlich ein Schulfach sein, sich gut mit seinem eigenen Körper auszukennen und zu wissen, wie kann ich denn meine Gefühls- und Gemütszustände auch regulieren, wenn ich das möchte. Und dabei hilft dir deine Atmung total. Ja, ich freue mich total, wenn dir diese Übung ein paar Sachen näher gebracht hat, wenn du dadurch etwas bemerken konntest, wenn du Lust hast, das weiter auszuprobieren. Du kannst natürlich auch, wenn du merkst, ich hätte da eigentlich gerne Unterstützung, ja, ich möchte da tiefer einsteigen, dann frag doch ein Coaching bei mir an, das kannst du jederzeit tun, du kannst auch jederzeit eine kostenfreie Mini-Session buchen auf meiner Webseite, steht alles in den Shownotes, wie das geht, wo das geht. Du kannst auch zum Lustwandern im Genital dazukommen, da ist auch Atmung ein wichtiger Teil und wir werden da viele Dinge tun, die das Ganze noch vertiefen. Das ist wieder am 26. Juni, das ist ein Freitagabend, könnte auch eine coole Freitagsabendsbeschäftigung sein, mal sowas anderes zu machen. Und danach kann man auch super noch irgendwie rausgehen, vor die Tür gehen, auf Dates gehen, keine Ahnung, wohin gehen. Ja, und ist einfach dann in einem guten Zustand. Also wenn du da Lust hast, melde dich an. Auch das steht in den Shownotes. Ja, und ich habe noch den Hinweis für Coaches, wenn du Coach bist und gerade zuhörst und aber vielleicht mit einem anderen Thema unterwegs bist als Sexualität und gerne mehr wissen möchtest, über wie kann ich denn eigentlich als Coach, wenn mir im Coaching das Thema Sexualität begegnet, wie kann ich da reagieren, wie kann ich agieren, was sollte ich vielleicht wissen, kannst du in Köln jetzt im Juni an einem Seminar teilnehmen. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Guck dir das mal an, das mache ich in Zusammenarbeit mit dem Seminarbetrieb von der Annette Bauer und da freue ich mich, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Genau, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Viel Freude mit deiner Atmung, viel Freude mit deinem Körper, mit deinem Sein, mit deiner Sexualität, alles, alles Gute und ich sage, bis zum nächsten Mal, freue mich ganz doll, wenn du wieder dabei bist, wenn du in der Zwischenzeit, wenn wir uns irgendwie über den Weg laufen oder du über den Podcast sprechen möchtest, mit irgendjemand anders ihn weiterempfehlen möchtest, eine Rezension schreiben möchtest bei iTunes oder Apple Podcasts, wie es jetzt ja heißt oder, 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 also wenn du es gut findest, rede drüber. Geht in dieser Folge primär um Atmung, das wäre ja auch ein bisschen leichter noch darüber zu reden, als wenn es jetzt, weiß ich nicht, der perfekte Dreier das Thema gewesen wäre oder so. Ja, also du merkst, ich bin heute auch so ein bisschen humoresk und jetzt entlasse ich dich einfach in deinen Tag und freue mich ganz doll, wenn du bald wieder mit dabei bist bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.